hey leute und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute spieler auf meine kleine runde csgo wir spielen ein bisschen deathmatch weil ich keinen bock auf gelegenheit spiel oder irgendwie matchmaking habe ja ihr seht schon ich bin der größte nur und ich wollte euch zwei sachen zeigen einmal habe ich jetzt mir die whitefire coin gegönnt für fünf euro und was sie ziemlich nice aus die operation whitefire die sind einfach geil aus und dann habe ich noch bei einem case opening praktisch habe ich jetzt nicht aufgenommen habe ich das halt gezogen dieser flachs und die sieht einfach mega geil aus wenn ich auch wenn ich hier so übel abgenutzt ist aber das ist auf jeden fall mein first pink skin und ja ich glaube ich habe noch die handgun gezogen die ranger die absys die karte habe ich aus der case aus der aus der neuen whitefire case die sieht relativ nahe aus obwohl die einsatz erprobt sind anscheinend sicherung finde ich so ganz und dann habe ich noch die usps nfn gezogen und ja dann würde ich mal etwas sagen wir suchen uns jetzt auch ein spiel deathmatch bei den aktiven gruppen nicht bei den neueren weil ich kenne mich dabei leider noch nicht so gut aus wenn man in nächster zeit mit ein paar kumpels darauf auf der mitspielen aber genau ich habe noch die ruby poison dart gezogen sieht relativ nice aus hat so ein bisschen panther look ein bisschen so orange lila pink ich weiß nicht wie man es interpretieren kann aber ja werden wir sehen wie es dann so läuft warte mal kurz ab und kann ich ja nebenbei kurz erklären ich habe eigentlich also mein der plan eigentlich für diese in anführungszeichen folge ist praktisch dass ich nur mit einer waffe halt so viele freaks wie möglich versuche und ja heute wollte ich aber wie die p 250 nehmen auch wenn jeder irgendwie ak awp m4 a1 spielt versuche einfach mit der pistol und den knife ein bisschen zu hantieren und damit ein paar freaks zu machen ja dann war ich einfach mal bis es fertig gelandet ist mein pc ist einfach scheiße so mein laptop link nicht in der beschreibung ist einfach nicht zu empfehlen ja aber es lädt immerhin ja gut 0 fps hatte ich da kurz läuft bei mir ich einmal CT würde ich sagen und gönnen wir mal die p 250 ich habe einen geilen skin meiner meinung nach dafür die wingshot und ja oh hi ähm oh gott aah i give him one click oh ha 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 den kniff du mhm als ob er gewusst hat dass ich da bin wo ist der oh mein gott wie lächerlich oh mein gott wie lächerlich oh mein gott ich habe keinen aim warten ab bist du was ist ab oh pisse gewinnt sheesh sogar ein headshot gedrückt die läuft bei mir würde ich mal sagen gehen wir mit dem dude hier mal mit wir gucken in die cars ähm oh hallo oh schon wieder ein headshot läuft bei mir ich habe bis jetzt nur frakes mit ich habe nur headshots bis jetzt gemacht hundertprozent headshot wurde jetzt habe ich verkackt man ich wollte den dude knifen ah lol schon wieder ein headshot als ob das ein headshot war no way oh kriegs mich nicht ja den kriegst du eh nicht kniff ah scheiße ja gut da hat die andere weapon gezogen lol achso ja gut hab jetzt hinter mich geguckt das war ein bisschen ärgerlich tatsächlich kniff ah kniff ah komm alter spür ruhig negev scheiß ab waffe wow bist du krass alter du spielst negev alter purer skill ohne witz da musst du nur ein bisschen nach unten halten und sprayen ohne witz so da ist keiner dann kommt da gleich einer die mich waschen nein ah es wird doch kein headshot ja schade es war auch nur ein assist also noch kann ich die headshot groß schaffen ja nächster kill nice schade ich versuche öfters mal einen schuss nur zu brauchen oh ahhh halt nur einen schuss zu brauchen um halt einen kill zu machen weil mit der p250 kann läuft äh mit der p250 kann man auch one clicks verteilen deswegen wenn man aim hat muss man einfach nur komm ahhhh 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 ok ahhh schade die Leute haben mir einen nur gegeben schon ein bisschen schlecht da 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 ist einer schade hätte man ja probieren können und joh da komm NEEIN hm ich bin sicher lol ach so ja gut da unten ich hab den jetzt woanders erwartet AALLES klar du so einfach mal weiter und versuche noch ein paar frags zu kriegen ich hab bis jetzt nur fünf frags lol das war das meiner ne das war seiner das war nur assist schade auf jeden Fall der letzte war ein headshot ich denk mal ich denk mal an jetzt dass es seiner war ich denk mal da ist einer rein oh nein mein headshot quote ist weg aber es war nur one click bleib ich mal hier ok da ist keiner jo da ist hier einer headshot lol nice ich hab den headshot gedrückt easy peasy Junge ist das dein ernst ob er den nicht läuft von hinten ich dachte ach sch*** dachte er werden meine mates ja komm spür ruhig autosniper so eine abfucker ok ich wenigstens noch den kill bekommen cast kann ich mich mal kurz hin schimmeln oh da ah oder auch nicht bolong bleib ich mal stehen sauber gute arbeit von meinen mates definitiv stell ich mich mal hier hin schade mein gott der hat mich echt lange nicht getroffen push nice headshot war drinnen nice nächster kill scheiße ich wollte ja nicht ein bisschen in Deckung gehen aber dann kam mir der Gegner doch ein bisschen zuvor und hat mich dann noch weggeprackt ja zehn kills ist in Ordnung würde ich mal sagen und dann werden wir mal sehen bis es weiter läuft nicht steppen am besten verdammt mich hin oh du dude hilfe wo ist mein dude danke ich habe das geld noch nicht bekommen ja gut läuft bei mir ok habe ich noch ungeliebt gefrackt ja ich bin in top ten läuft bei mir naja nächsten frag aaaaaa ja sch*** jetzt jetzt habe ich ihn noch aaaaaaah hol du ihn lol als ob schade hat habe ich gut alter als ob er mir so ein derbe one click gegeben hat richtig obvious aber gut passt schon ich bin nicht noch nicht mal zehn damit ohne pistol schon ein bisschen komisch aber gut ich denke mal es gibt schlimmere waffen wie die glock wo ich übelst fehlen würde da hinten habe ich gesehen alter mein gott bin ich scheiß ich hätte aber noch auf den kopf ziehen müssen obwohl ich noch zwei schuss hatte habe ich jetzt mal lieber nachgeladen und für den fall lol was no scope war jetzt meine frage weil es wäre echt stark gewesen wäre es ein no scope ich will mich auf jeden fall schon mal entschuldigen vorab für diese lag ich merke ich nehme uns 16 bzw 17 fps auf und ja krieg ich noch ein freck ein freck schade okay okay leute werden wir sagen das war's für dieses video ich habe euch gefallen wenn das einfach eine kleine frische bewertung da wenn es euch wie das nicht mehr verpassen wollt lassen aber da leute ich wünsche euch noch einen schönen tag und tschau